Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Bird Rider. Hier ist wieder euer LandSquid mit The Witcher 3 Wild Hunt. Oder, wie es offiziell anscheinend heißt, The Witcher Wild 3 Hunt. So, schauen wir mal ans Anschlagbrett. Denn da gibt es gleich eine neue Mission. Wir haben wirklich gerade eben und schon, zack. Oder, Moment mal, habe ich hier nur einen Zettel nicht abgerissen? Das kommt mir nämlich bekannt vor. Der Böttich-Verkaufer von Brokkoli suchten mehrere Personen. Doch, genau. Ich habe anscheinend nur den Zettel nicht mitgenommen. Mein Fehler. Na, Schönchen. Dann gehen wir jetzt Wend spielen, glaube ich. Hündchen! Ja, komm mit mir. Ein neuer Verbündeter. Ich nenn dich... Knödelbrot. Komm, Knödelbrot. Plötze Knödelbrot. Legen wir los. Das Abenteuer wartet. Eine neue, unerforschte Welt. Das märchenhafte Wald. Äh, Welt. Ich wollte eigentlich Königreich sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich auf Wald und Welt komme. Das märchenhafte Königreich. Broschutto oder so ähnlich. Plötze! Ich brauche deine Hilfe. Kampflärm? Ich muss mich beeilen. Kampflärm? Ah, das ist wahrscheinlich die Hauptquest, die jetzt hier Kampflärm macht, ne? Kann das sein? Na ja, gut, okay. Wenn das so ist. Wenn die Hauptquest jetzt hier so auf dem Weg liegt, machen wir das schnell. Weil wir müssen uns beeilen. Ich will ja nicht hier antiklimatisch jetzt hier Gwent spielen gehen, während hier Kampflärm herrscht. Wir müssen uns beeilen, Geralt. Sprinte wie der Wind. Plötze kommen kaum hinterher, weil wir so schnell sind. Der Mörder muss noch hier sein. Der Mörder muss noch hier sein. Hexenpower. Oh, oh. Ich brauche keine Hexenpower. Äh, bist du ein Wehrwolf? Ne, du hast nur pluffige Klamotten an. Kleine, bloße Kellerfüße. Quietschende Scharniere. Schleimige Batschgeräusche. Nackte Schneider. Nackte Fleischschneider. Warum hast du sie umgebracht? Wegen ihres Blutes sicher nicht. Sie will nur Händchen halten. Wir müssen nicht kämpfen. Du ehrst dich. Ich kann dich nicht wehen lassen. Ich schaue mal, ob ich sie... Wobei die ist wahrscheinlich... ...gehört die zu den Vampiren. Was mögen denn Vampiren? Ich weiß es nicht. Schwert. Schwert mögen sie nicht. Au! Aber mögen Hexer Krallen nicht. Wir müssen ein bisschen rumkugeln, glaube ich. Wir müssen ein bisschen heilen. Komm schon, wir sehen sie doch. Jetzt stell dich nicht so an. Ich sehe sie. Warum siehst du sie nicht? Auto-Agen so. Okay, die bringt uns voll um. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade machen soll. Ich habe keine Heiltränke mehr. Das ist jetzt echt blöd. Ich soll nicht verlieren können. Dammit. Und dann verdrück ich mich auch noch so dämlich, ey. Die ganze Zeit, wegen blöd Assassin's Creed Valhalla. Weil das ja die Dark Souls, das Dark Souls-Kampfsystem ziemlich abkupfert. Und da greift man halt quasi mit den Schultertasten der Hand entsprechend an. Und mit der rechten Hand greift man mit der rechten oberen, beziehungsweise der rechten unteren Schultertaste an. Und Gerald nicht. Der greift mit der Armbrust an, wenn ich die rechte obere Schulter... Und das passiert mir schon die ganze Zeit. Seit ungefähr... Fünf Folgen. Mindestens jetzt schon. Und das ist tödlich. Tödlich. Gut, dass wir noch die neue Ausrüstung gekauft haben. Weil die ist durchaus gefährlich hier. Also nicht die Ausrüstung. Nein, jetzt mache ich es schon wieder. Ich kann gleich noch keine Ahnung mit dem Kampf. Bring mich bitte schnell weg. Das ist lächerlich. Das ist bloß. Ich hätte mir eine Fiole dann gelegt. Komm, jetzt bring mich mal hin, wenn ich bin auch noch die Bande anfangen können. Oh, mein Schatz. Verdammt, jetzt läuft der Kampf so gut. Dass er jetzt fast sich doch gelohnt hätte. Wer wird für eine Zauberwind-Attacke? Warum bin ich da nicht früher draufgekommen? Super effective. Okay. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Mein Fehler war, dass ich versucht habe, ein bisschen taktisch vorzugehen. Aber das Kampfsystem will überhaupt nicht, dass man ein bisschen taktisch vorgeht. Das deckt das gar nicht ab. Das Kampfsystem will, dass ich eine Wirbelzwirbel-Zauber-Attacke mache. Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper geführteilt, wie ich es mir dachte. Geführteilt. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wo die Leiche geführteilt ist. Die ist zweimal horizontal durchgeschnitten. Aber insgesamt, wenn schon, eher in sechs Teile. Also gesechsteilt. Und die Hände sind auch noch... Moment mal. Die Hände sind an der Leiche. Und gleichzeitig in der Tüte. Das stimmt aber was nicht. Naja, schauen wir uns mal den Kopf an. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Mjamjamjamjam. Man sieht gar nicht so aufgedunsen aus. Eine Möse. Voll mit Münzen. Nilfgardische Florin. Aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt. Aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben. Scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Blutmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Interessant. Der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Helle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmarin soll mich zur Herzogin bringen. Schön auch, dass die anscheinend wirklich einen kompletten neuen Soundtrack auch für die Region aufgenommen haben. Draufhauen. Gerald, wenn wieder irgendein Monster kommt, einfach draufhauen. Das ist alles, was notwendig ist. Das ist aber nicht der Weg, über den wir gekommen sind, oder? Nur vielleicht doch. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah. Die Vögel twitschern. Und plötzlich ist die Säcke hier. Na gut. Die Kampfgeräusche und das ähm äh hier äh dringende da müssen wir schnell hin Event dramaturgische Dingenskirchen Geschichte ist jetzt vorbei. Das heißt, wir können jetzt gemütlich Karten spielen gehen. Hurra! Auf geht's. Plötze, bring uns zum Missionspunkt. Heya. Oh, es ist so hell hier. Es tut fast in den Augen weh, wie das alles leuchtet. Nein, Plötze reiten wir hier lang. Ich weiß noch nicht, wer das war und was da gerade war mit dem Liedchen, das der Betroffenen hat. Jungen, der da singen wollte, aber offensichtlich konnte der gleichzeitig Flöte spielen und singen. Allein dafür gibt's Skillcredibility. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Boclet. Lauf, Plätze. Wie weit ist es denn noch zum Gwent-Turnier? Oh, ah, okay, müssen wir hier einfach nur absteigen, oder? Oder was ist los? Mein Herr, mein Herr! Ein Brief für dich! Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Hier, danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Liebster. Ich vermute, dass dich wichtige Angelegenheiten und nicht das Weinfest nach Toussaint geführt haben. Vielleicht hast du trotzdem Zeit, einer gewissen Sache auf den Grund zu gehen. Ich bin neulich zufällig auf eine Erwähnung von Professor Moreau gestoßen, einem Gelehrten in Boclet, der Hexermutationen erforscht hat. Obwohl die Informationen über den Ort, an dem sich sein Labor befindet, ziemlich ungenau sind, sollte sein Tagebuch mehr Informationen enthalten. Es liegt mit ihm begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Folianten gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Ich hatte das Gefühl, dass dich diese Sache interessieren wird. Deshalb habe ich den Brief unverzüglich abgeschickt. Wie du dich auch immer entscheidest, pass bitte auf dich auf. Deine Yen. Hm. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Das war der Brief, auf den ich im Tutorial hingewiesen wurde. Interessant, interessant. Ähm. Ich habe gerade das Gefühl, im Gegensatz zu, zu Heart of Stone, was hier eine eigene Kampagne war, quasi. Aber im Gegensatz dazu habe ich das Gefühl, das hier ist so vollgestopft mit Content. Und hat so viel... Ne, ich bin gerade erschlagen mit den Möglichkeiten und Quests und allem. Das war bei Hearts of Stone halt gar nicht so. Aber irre. Naja, schauen wir mal. Uiuiuiuiuiui. Und schon geht's weiter. Großmeister Rüstungsschmied. Meisterschmied in Beclair sucht tapferen Mann, um verschollene Schemas zu finden. Der Auftrag ist sehr gefährlich, wird entsprechend bezahlt. Ankündigung eines Faustkampfturniers. Starker Mann. Denkst du, dass du unbesiegbar bist, weil du deinen Schwager vermöbelt hast? Gehen dir die Nachbarn aus dem Weg? Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du um den Titel des Faustkampfmeisters von Beclair mitkämpfst. Besiege drei Champions, bevor du die Ehre hast, gegen den Maestro selbst anzutreten. Weitere Informationen erhältst du beim Buchmacher in St. Sebastian und bei den Docks. Bewaffnete Eskorte gesucht. Wir suchen eine bewaffnete Eskorte. Bam. Ende. Mal schauen, was sonst da für Informationen da drin stecken. Gebühren, Forschungszwecken, Albus-Höhle. Äh, Ritterhöhle ist nicht sicher. Ah ja, gut, keine Informationen. Beweise dich bei den Tugendproben. Werter Leser. Die Jahre vergehen, doch alles Gute und Schöne braucht noch immer Verteidigung. Komme auf die Insel im Luck-Klöbelböbel und teste bei den Proben deines charakterlichen Eignungsgeschäftlichkeitstests. Beständigung. Belonobono. Gesucht diskreter Spezialist. Gesucht Fachmann, der das Mysterium um Reginald de-öb-b-b-b-des Denkmals dieser Person untersucht. Anforderung. Höchste Arbeitsethoslichkeit. Absolute Diskretion. Erfahrungen mit übernatürlichen Umständen. Außerordentlich wünschenswert. Tadelloses Auftreten. Ästhetisches Empfinden. Kenntnisse in moderner Bildhauerei. Aha. Warum denn bitte? Also, aber gut. Nähere Details bei Roland de Fakoisier. Äh, Flakoisier. Kurator und Kunst- und Sammelobjekt. Auftrag Radau auf dem Friedhof. Na, jetzt aber. Da sich vom Einwohnerkomitee keiner zuständig fühlt, setze ich das Schreiben nun selber auf. So kann es nicht weitergehen. Dieser höllische Krach auf dem Friedhof macht uns alle verrückt und keiner unternimmt etwas dagegen. Ich weiß, dass wir es alle hören. Selbst Madame Bucquet hat berichtet, dass der Lärm sie die ganze Nacht wach hält und sie wohnt weiter vom Friedhof entfernt als wir alle. Falls dies ein Hexer liest oder es einem gibt, der diesem Geschrei, Gejammer und Gezähg Ende bereiten kann, bezahle ich ihn aus eigener Tasche. Also, einfach im Schlauberger, heißt ein Laden so oder sowas, nach Charles Lanzano fragen. Das bin ich! Le Célavie könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Le Célavie. Na schön. Quests, 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 quests. Und guck mal, das war nur das zweite Anschlagbrett von vielen. Da sind meine Güte. Das ist wirklich, das ist eine ordentliche Portion Content, die hier geliefert wird. Cool. Mit Blood & Wine sind wir wahrscheinlich ein bisschen beschäftigt. Dann kann ich mir aber auch jetzt hier gepflegt ein bisschen Gwent-Zeit nehmen. Ich weiß schon, Gwent ist im Let's Play natürlich nicht das Spannendste, aber macht mir einfach echt viel Spaß. Auch hier die simple Version quasi. Das Standalone-Spiel ist natürlich nochmal ganz was anderes, aber hier die vereinfachte, simple, was heißt vereinfachte, die ursprüngliche, einfachere Witcher 3 Version ist schon auch einfach nett, finde ich. Macht schon Spaß. Aber für heute machen wir jetzt Schluss, würde ich sagen. Morgen gehen wir dann wirklich Gwent-Spielen. Morgen gibt es eine Gwent-Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.